Die Kirchturm-Uhr schlug viertel vor zwölf, als wir endlich den Friedhof erreichten. Weder Johnny noch Russell hatten auf dem Weg ein einziges Wort verloren. Als müsste jeder von ihnen für sich allein verarbeiten, was sie vor dem Hobgoblin erlebt hatten. Johnny drückte das schmiedeeiserne Gittertor auf. Wir müssen in den hinteren Abschnitt, dort wo die ältesten Gräber liegen. Aber da ist bestimmt kein Grab offen. Mir ist das unheimlich. Ich würde lieber nach Hause gehen. Hoppelapap, hier wird nicht gekniffen. Russell, was ist los? Ich weiß nicht. Irgendwas hat mich am Fuß gepackt. Eine Hand. Ja, sicher. Nein, wirklich. Ich habe es genau gespürt. Die war hier. Russell leuchtete mit der Taschenlampe auf den Boden vor einem verwitterten Grabstein. Nichts. Außer ein paar verdorrten Rosen. Siehst du? Aber, aber, hä? Ich bin mir absolut sicher. Ja, ja. Seht mal, da hinten schimmert was. Johnny deutete nach vorn. Dorthin, wo der alte, nicht mehr genutzte Teil des Friedhofs begann. Da! Und tatsächlich, eines der Gräber war in einen schwachen, silbrigen Schimmer getaucht. Was ist das denn? Das ist es. Los, kommt schon. Das Licht schien sich von uns weg zu bewegen, als wir darauf zuliefen. Das gibt's doch nicht. Mann, das ist voll gruselig. Immer weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Aber schließlich erreichten wir das Grab. Es stand tatsächlich offen. Und über der Grube hatte eine silbrige Pflanze ihr knochenbleich schimmerndes Wurzelgeflecht ausgebreitet. Das kann doch überhaupt nicht echt sein. Johnny zückte sein Taschenmesser. Halt! Warte! Noch eine halbe Minute bis mit danach. Ja und? Wenn du sie vorher abschneidest, lösen sich die Wurzeln in Luft auf. Hä? Davon hast du bisher nichts gesagt. Es ist aber so, als ich damals mit Ludbert zusammen an genau dieser Stelle einmal zu früh das Greisenort abgeschnitten... Johnny! Da! Was? Da steht einer. Da ist niemand. Da war aber einer. Gerade eben noch. So ein kleiner Typ mit glühenden Augen. Mit glühenden Augen? Der hat uns angesehen. Das hast du dir bestimmt nur eingebildet. Ich... ich bin mir nicht sicher. Ich bin Johnny. Johnny Syncler. Ich bin Geisterjäger. Jei! 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 Jei!